Musik Wir sind die Firma Bünder aus Tuttlingen. Wir haben diesen Image-Film gedreht, um neue Azubis für unser Unternehmen zu begeistern und zu gewinnen. Heutzutage wird es immer schwieriger, mit den Medien, Zeitungen und so weiter Azubis zu gewinnen, weil viele lesen keine Zeitungen mehr und darum dachten wir, wir machen einfach einen Film, stellen den auf YouTube, Facebook, einfach auf die Medien, die die jungen Leute heutzutage nutzen. Musik Ja, wir gehen immer zum Anfang eines Ausbildungsjahres mit allen unseren Azubis in die Lochmühle. Da machen wir immer ein zweitägiges Teamtraining. Musik Die Filmcrew, die hat man eigentlich bei dem Teamtraining gar nicht gemerkt. Die waren im Hintergrund und haben uns beobachtet und es waren auch wirklich keine gestellten Szenen, sondern das waren einfach die Eindrücke, die auch wir während den zwei Tagen haben. Und so soll es eigentlich auch sein. Musik Ich war jetzt zum ersten Mal dabei und ich fand es richtig gut. Wir haben ja die Teamspiele gemacht und da konnten wir dann mit den anderen im Team zusammen Aufgaben machen und das braucht man später auch im Beruf und ich fand es gut, ja. Musik Wir haben uns alle besser kennengelernt, dass wir zusammenfinden einfach. Unter uns auszubilden herrscht eigentlich ein ganz normales Klima und jeder behandelt den anderen einfach wie ein Erwachsener. Ob man jetzt 16, 18 oder 21 Jahre alt ist, spielt da eigentlich keine Rolle. Das war sehr positiv. Vor allem war es eine lockere Zusammenarbeit, ja es war zwangslos und ich denke, wir hatten auch alle unseren Spaß miteinander. Für mich war es ungewohnt, dass mich jemand die ganze Zeit gefilmt hat, aber es ist eine neue Erfahrung. Ja, das muss man denke ich auch mal kennenlernen, aber es hat Spaß gemacht, die ganze Zeit gefilmt zu werden. Ja, also ich fand das war eine spannende Erfahrung, weil ich, man schaut ja auch öfters mal Fernsehen und dann sieht man jetzt quasi auch mal wie das so hinter den Kulissen ist und was es heißt, ja quasi Schauspieler zu sein. Ich fand es gut, also man hat ja Einblicke bekommen, wie man filmt und so. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ganz langsam wieder verlieren.